F-16 ist ja eigentlich ein bekanntes Werkzeug, heute Information natürlich, danke. Ja, zusätzlich gestartet jetzt eine Tucano, also Turboprop Flugzeug, Alfred Frank, ich weiß nicht, ob der mich im Zelt hört. Der Alfred Frank soll mal hier vorne zur Flyline kommen, Alfred Frank. Die Tucano T27 im Maßstab 1 zu 4, hier in der neuen Präsentation von der Firma Yau, Matos RC, mit einer Spannweite von 2,70, 2,50 lang. Abflug über 15 Kilo, die Fahrwerke kann man vom Beotech überziehen. Let's DVB start. Dov. WOLF, 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 WOLF. Das war's. 10,5 kg, je nach Lackierung ca. 3 kg leichter als vergleichbare Modelle in der Größe, damit wirbt der Hersteller. Turbinen ab 12, Kilokammerball einsetzen, und wo hast du das gelesen, Detlef, wo ist hier, äh, du hast das gesehen.